Wisst ihr, was mir seit das Video gestern veröffentlicht wurde, wie die Geiseln in Rafah im Gazastreifen gehalten wurden, nicht mehr aus dem Kopf geht? Wie konnten über Monate hinweg das Rote Kreuz, Amnesty International, UN-Hilfswerke und all diese ach so humanitären Organisationen kein einziges Wort darüber verlieren, wie die Geiseln von den Terroristen der Hamas gehalten wurden? Es gab kein Statement vom Roten Kreuz, wo klar wird, dass sie sich bemühen, sich um die Gesundheit der Geiseln zu kümmern. Diese ganzen Organisationen haben sich nicht mal bemüht, die Geiseln zu suchen in Gaza. Sie haben sich nicht einmal bemüht, diese Menschen zu finden. Ihnen kam nicht mal in den Kopf, dass diese Menschen vielleicht auch medizinische Hilfe brauchen? Dass die Frauen vielleicht auch Hilfe brauchen? Oder brauchen israelische Frauen und israelische Männer keine Hilfe, israelische Kinder? Und lasst uns nicht vergessen, dass immer noch über 100 Geiseln in Gaza gefangen sind. Immer noch. Und wenn einige von ihnen noch leben, durchleben sie diese Hölle. Immer noch. Seit fast einem Jahr. Warum haben all diese humanitären Organisationen geschwiegen? Haben sich nicht ein einziges Mal um die Geiseln gekümmert? Die ganzen Frauenorganisationen haben ihre Klappe gehalten und kein einziges Wort über die Massenvergewaltungen gesagt, sich um keine einzige israelische Frau gekümmert, die in diesen dreckigen, tiefen Tunneln irgendwo unter der Erde gehalten wurden. Schlimmer als Tiere. Was die Hamas mit den Geiseln gemacht hat und nach wie vor macht, jetzt bald seit einem Jahr, das ist an Grausamkeit, an Sadismus, an Entmenschlichung nicht zu überbieten. Menschen, humanitäre Organisationen dürfen nicht politisch sein. Die dürfen sich nicht in politische Dinge einmischen. Es geht ihnen, glaube ich, um Menschen. Sind Israelis keine Menschen? Sind die Leute, die entführt wurden am 7. Oktober, keine Menschen? Und der Tunnel befindet sich mitten in einem Wohnhaus, in einem Kinderzimmer in Gaza. Unter einem Kinderzimmer wurden sechs Geiseln gehalten, kaltblütig ermordet in einem dreckigen, unterirdischen Loch. Es gibt dafür keine Worte und ich sage euch eines, irgendwann wird das alles vorbei sein. Aber das, was passiert ist in diesen Monaten, werden wir niemals vergessen. Und wir werden niemals vergessen, wer geschwiegen hat, wer geleugnet hat und wer nach wie vor bewusst entscheidet, obwohl Millionen Beweise vorliegen, was passiert ist, nichts zu sagen. Und wenn Menschen sagen, es geht ihnen ja nicht um die Juden, es geht um die Zionisten, es geht um die Israelis, sagt man, sind Israelis keine Menschen? Dürfen Israelis gefoltert werden, misshandelt werden, vergewaltigt werden, entführt werden, wie Tiere gehalten werden, dann kaltblütig ermordet werden von Terroristen? Was ist los bei euch? Wo ist unsere Menschlichkeit geblieben nach dem 7. Oktober? Wo ist unsere Menschlichkeit geblieben nach dem 7. Oktober? Verdammte Scheiße!